Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wolong Fallen Dynasty im New Game Plus. Wir stehen jetzt hier mit unseren beiden Kameraden, die wir ausgewählt haben. Wir werden jetzt erstmal folgendes tun. Das hatte ich eigentlich ausgestellt, aber wir werden es wieder anmachen. Und zwar muss ich mal gucken, wo wir das machen. Ich würde gern mit euch etwas ausstellen. Und zwar dieses Wiederholen der Zwischensequenzen. Gespielte Zwischensequenzen, das machen wir mal. So, ganz kurz Kontrolle. Das heißt, wir werden jetzt, also alle Zwischensequenzen, die jetzt noch kommen werden, werden übersprungen. Allerdings haben wir das ja auch schon gespielt im normalen Spiel. Mein Problem ist jetzt nur, ich habe hier dasselbe Problem, 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 wie mit Tales of Arise gehabt. Es hat einfach die DLCs nicht mehr erkannt. Ich muss demnächst tatsächlich meine PS5 nochmal neu aufsetzen. Das werde ich aber machen, wenn ich erstmal alles ein bisschen voraufgenommen habe, weil das kann ja eine Zeit dauern. Bei mir dauert es meistens nur ein paar Minuten, aber vielleicht muss da jetzt mehr sortiert werden. Kann natürlich auch sein, dass es dann mehrere Stunden dauert. Eventuell, was ich nicht hoffe. So, aber deswegen spielen wir jetzt erstmal so ganz normal weiter. Bis wir wieder ins DLC zurückgehen, werde ich auf jeden Fall meine PS5 mal neu aufsetzen und über den Cashlern und ja, wie gesagt, die Datenbank neu aufsetzen. Dann ist die fresh und dann dürfte es keinerlei Probleme mehr geben. Aber wir rennen erstmal hier rein. Hier greife ich nochmal an. So, denn ich will mich jetzt nicht doch mal aufregen. Ich habe jetzt eben was anderes durchgepielt und war am flennen. Da brauche ich jetzt nicht noch sowas. Oh, ich bin ja gar nicht aufgeladen. Okay, ich muss schon sagen, dass die Zwischensequenz irgendwie fehlt gerade. Ähm, und mein Key fehlt jetzt auch? Ja. Blöd jetzt. Nö. Das Problem ist auch, weil ich dann das letzte Mal drüber nachgedacht habe, dass ich doch auch eigentlich hätte schneiden können. Da, wo es jetzt hier sich aufhängt und so. Aber das Spiel speichert ständig. Das speichert einfach die ganze Zeit und da habe ich gar keine Möglichkeit auf einen anderen Spielstand, äh, zuzugreifen. Zumindest habe ich auch nie versucht, irgendein Spiel zu... Ich drücke halt auch ihr immer nur auf Laden. Laden, Laden, Laden. Nicht wie bei anderen, wo ich jetzt irgendwas auswähle, sondern fortfahren heißt das ja hier. Das habe ich ja bei Nioh auch immer gemacht. So, wir müssen erst mal hochcampen, leider. Weil ich jetzt eben völlig versammelt habe. Wo sind denn hier Gegner? Gibt es hier überhaupt Gegner? Komm, wir gehen erst mal drüber rein. Dann haben wir eben halt 20.000, egal. Äh, nee, 20, äh. Ich finde jetzt hier gerade keine Gegner. Wir gucken einfach mal, was das für ein Typ ist. Komm, mal hier. So, ich stelle mich mal zwischen euch. Das war der falsche Knopf. Naja, egal. Ach, er ist ein Blitz-Typ. Oh, er hat ganz schön viel drauf. Hey, yo. Oh, oh. Um Gottes Willen. Ich hatte das Gefühl, ich kann gerade gar nichts mehr. Ach, immer diese Blitz-Typen. Gut. Wie komme ich jetzt hier zurück? Das ist jetzt die Frage. Hier vorne. Ich hatte das. Hä? Hier ging es auch nicht. Das war nur was zum Speichern. Hier, du! Hey! Der hat mich runtergeprügelt. Ach ja, die beiden! Ach ja! Hey! Hey! 23, 23. Könnte natürlich sein, dass der jetzt hier mein Kryptonit wird, mein Neuer. Wo kamen die denn jetzt her? Nicht, dass ich mir denn wie bei God of War geht, wo ich mich einfach verlaufe im ganzen Leben. Wie viel? Auch hier? Schön, 24. Hier. Nein! Wann? Missed. Oh ja, Blutsbruder. Cool, können wir den nächsten holen. Lauf jetzt hier gerade im Kreis? Ja, eindeutig. Das ist der Anfang. Was ist das für ein komischer Tempel hier? Okay, wir behalten ihn mal. Das benutzt er, geht das nicht. Vor allem stand bei der Erklärung am Anfang, stand einfach da, du besitzt die DLCs nicht mehr. Und ich denke so, hä? Bitte was? Ich besitze die nicht mehr, die kann man nicht wegnehmen. Also natürlich, die digitale Sinken-Dinge kann man ja einen wieder wegnehmen. Aber, hä? Ich habe gedacht, toll. Nur weil ich einmal, dreimal, dreimal an einem Tag eine Dings verschickt habe. Eine Fehlermeldung. Warte mal, wir nehmen uns auch den hier mit. Aufstehen. Wo müssen wir hin? Wo kommen die nur immer her? Warum gehen die nicht auch da unten lang? Ah. Hier sieht es doch interessant aus, oder? Oh nee, es ist, glaube ich, doof hier. Hey, ich bin im Kreis gelaufen. Super. Ich glaube, ich hätte das niemals tun. Ah. Au, nicht auf den Kopf. Oh nee, ich bin im Kreis gelaufen. Auf liste. Ich habe achtet. Ich habe dich auf die Krüft, stoppust. Ciao. Das wollte ich vorhin machen, als ich von oben da gefunden bin. Ja, wir sind alle 25, schön. So. Wir sind voll weit laufen, ey. Versuchen wir es nochmal. Okay. Ich will gerade mal gucken. Was habe ich denn gerade? Hm. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, wir benutzen das hier mal. Dieses Fünf-Minareien-Pulver haben wir, glaube ich, noch öfters. Wir bräuchten Verteidigung, Blitz. Blitzverteidigung. Ich habe einen Haufen für Eis. Blitz hier. Blitz hier. Gut, jetzt haben wir nur elf. Kommt mal bitte hier hoch. Ich muss jetzt mit euch hier mal reden. So, das. Rein da. Kommt mir rein. Kommt mir auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Nein! Wir sind nur auf 24. Oh, es lief doch so gut. Ja super, ich habe nichts verloren, aber die haben verloren. Was für ein blödes Zeug. Okay, alle anderen sind Blutsbruder. Versuchen wir es nochmal. Was für ein blödes Zeug. 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 Nein! Oh! Jetzt hat er noch 23, was habe ich denn? 23 28 49 1 1 3 1 2 3 5 Oh, der fährt hier gerade auf. Ich bin doch gar nicht aufgeladen. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Oh nein! Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Hiç das! Ah! Oh! Ich bin ne 됐packada! Okay, ihnen geht's nicht losch. Das war's für heute. Nein! Oh! Ich hatte... Oh, ich mach 5 Kreuze im Kalender, wenn das Spiel fertig ist, ey. Mindestens 5. Die UB hat sich ja verwandelt. so bevor wir jetzt wieder da rein rennen vielen dank dass ihr dabei gewesen seid ich wünsche euch einen wunderbaren start in den tag bleibt gesund und bis morgen tschüss